Folge? Weiß ich nicht. Das ist schon eine Weile her. Ja, wir haben es ein bisschen schleifen lassen die letzten Wochen, aber ich hatte auch sehr viel zu tun. Gia hatte auch sehr viel zu tun. Ja, du warst ja auch krank. Ach ja, krank war ich auch noch. Ja, wir freuen uns, dass Karin wieder gesund ist. Danke. Genau. Und dass es jetzt wieder weitergehen kann. Vielleicht gucken wir mal auf der Karte. Also, wir haben noch ein Kapitel zum Spiel. Wie geht das nochmal mit der Karte? Achso, hier. Da halt, da warst du halt mittig, hoch, links, rechts. Ja, krank aus. Habst du gerade irgendwie alle Richtungen gemacht? Aber ich habe vorhin, da war ich in einem Bürogebäude, wo ich noch nie war, war halt eine Putzfrau und ich habe gefragt, ja, wo muss ich denn zum Beratungsraum? Und die hatte genau die gleiche Schwäche wie ich. Die hat in eine Richtung gezeigt und dann ewig überlegt, welche Richtung das ist. Und dann hat sie irgendwann nichts gesagt und ich, ja, das habe ich auch immer. Da haben wir uns verstanden. Okay. Ja. Na, los, hin da. Ja, dann machen wir das. Also, es geht weiter um Germain, was wir ja herausgefunden haben, dass er der eigentliche Bösewicht ist. Genau. Und der ist irgendwie mit Robespierre verlinkt. Und jetzt sind sie auf LinkedIn befreundet. Ja. So, jetzt sollen wir da hin und machen das mal. Da. Ah, okay. Ich glaube, na, lauf einfach mal wieder geradeaus. Immer an dem Haus vorbei. Meinst du? Ja, das ist doch eine fette Straße gewesen davor. Da kommt man dann von der Straße aus bestimmt hin. Nachher. Oder springst du da hin? Ja, das war eigentlich nicht geplant. Der springt ja nur auf alles, was nicht bei drei flach ist. Und hier ist nichts flach bei drei, also springt ja überall Rüge. Aber hier kann ich doch durch. Ja. Mal gucken. Hier rechts, meine ich. Das sind doch viele kleine Gassen. Ja. Ah, doch, da. Stimmt. Passt. Fia, du hast das Laufen verlernt. Ja, ja, ja. Ja, ich finde, das geht mir aber immer so bei Videospielen. Wenn ich eine Weile nicht spiele, dann übersteuere ich mal total. Du hättest doch einfach die Straße lang. Nach einer... Na, geht er erst mal hin. Nach einem... Das sieht eigentlich aus wie... Mann, ich wollte eigentlich mir das angucken. Ach, egal. Das sieht aus wie ein Labyrinth, aber irgendwie auch nicht so richtig. Das waren doch nur so Hecken, also wo man ein Wein angefangen hat, ne? Difficulty 5. Wir sind nur ein Vierer, aber vielleicht klappt es trotzdem. Ja, okay. Mal gucken. Hoffentlich wird das nicht so ein Desaster. Obwohl, bei dem mal, wo das so ein wirkliches Desaster war, das war ja eigentlich gar nicht zu schwer für uns. Ja, wir waren einfach nur zu blöd. Zu vorsichtig. Was machen die denn da? Oh, die sind aber schön. Ja, so ein bisschen Square Dance-mäßig, oder? Ich weiß nicht, ob das so typisch französisch ist. Hm, das ist nicht. Was haben die denn da für Zweige? Blümchen? Aha. Okay. Das war mit. Das kann sie ja ganz gut, denn sie ist einer. So, oh, das ist eine Wache. Aber wir sind ja gut versteckt. Haben wir jetzt nicht auf diese Funktion, dass wir uns verstecken können? Äh, dass wir das so tun können, wie in Wache, oder? Da muss man Pfeil nach unten drücken. Also, beziehungsweise nicht Pfeil, sondern auf diesem Tastenfeld da. Wie auch immer das heißt. Okay, also wir müssen zum Chant de Mars. Nein. So, dann gehen wir da rein. Da ist nämlich auch, wir sind genau im nicht markierten Bereich, also da, wo wir uns aufhalten dürfen. Nicht in diesem blauen Bereich. Genau, also wo quasi die Wachen immer sind. So, da wäre noch ein Sammelgegenstand gewesen, aber die interessieren uns mal gerade nicht. Achso. Okay, nur Feuerwerke. Ach, was sind das für ein Effekt? Da hat man ja gar nichts davon. Ja, stimmt. Aber den Baum, an den erinnere ich mich, den habe ich schon mal gesehen. Ja, wir waren da auch schon mal und da war auch so eine riesige Ansammlung. Wir haben uns auch gefragt, was machen so viele Werte hier? Nein, wir haben ja nicht so viele Werte. Was hat sie denn jetzt zu tun, bitteschön? Wir sind hier auf der Climax der Handlung und sie hat... Ich habe Augen geschickt. Das klang für mich jetzt so ein bisschen... Ja, also die Elise muss ja ein bisschen was anderes machen. Uns fällt keine gute Ausrede ein, warum sie jetzt weggeht. Die hier, da geht uns doch. Ich kann wetten, die ist eigentlich die böse. So, am besten du schlingelst dich an den blauen Bereichen vorbei. So, also ich muss da hin. Guck mal, da kommst du doch so, da ist so eine Öffnung. Eine Öffnung? Ne, ne, ich meine jetzt auf der Karte. Also du wirst jetzt, wenn du ins Kreis bist, nicht gesucht. Das ist ja kein Bereich, in dem du dich nicht aufhalten darfst. Du wirst gesehen, aber das... Das sieht keiner. So, hier, ne? Dann, genau. So, okay, wir müssen aber da rein. Oh, das ist die Frage, ja. Und da ist eine Alarmglocke. Vielleicht erst mal hier Igelei, Igewischt. Mit drei Ecken. Die Tast? Genau. Okay, da ist einiges los. Okay. Die Alarmglocke ist da hinten. Ich kann ja hier erstmal einmal rumlaufen. Hier ist ja auch so ein Gang, wo keiner sich ums schert. Das ist quasi der Hauptengang. Und da gucken wir kurz, aber machen nix. Durch den Hauptengang reingehen, nicht zu weit rein. Also durch den Hauptengang reingehen ist bestimmt ganz schlecht. Ja. Weil da gucken wir ihn ja alle an. Ich würde so von der Seite irgendwie rein, da auf der anderen Seite. Ja, 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 da sind auf jeden Fall weniger Wachen. Und da sind viele Versteckmöglichkeiten. Und da ist die Alarmglocke. Mehr so rechts. Ja, aber jetzt in der Umgebung ist glaube ich schon noch die Alarmglocke erstmal. Guck mal, da guckt nur einer. Sabotieren. Guck mal jetzt. Du kannst ja hinter das Zelt schleichen schnell. Hopp. Nicht aufs Zelt. Nicht aufs Zelt. So, aufpassen, dass keiner guckt. Oh, jetzt guckt doch gerade eh keiner. Ah, jetzt sehe ich die nicht mehr. Wollte ich kurz warten? Ja, der eine guckt. Nee, die gucken alle nicht. Kannst du dich eigentlich... Oh, ja, warte, warte, da läuft einer, läuft einer. Ah. Schwierig, ja, jetzt würde ich... Würde ich es wagen. Ja, und schnell, Kreis, Kreis. Ah, verdammt. Aber er hat es noch geschafft. Ja, die Animation hat er jetzt. Äh, ich würde abhauen. Ja. Hauptsache, du hast die Alarmglocke erst. Okay, ich komm mal. Ach, Junge. Kannst mal wieder nicht vom Klettern lassen. So, ähm, kann ich hier zwischen die Häuser irgendwie verschwinden? Ja, bestimmt. Du wirst übrigens verfolgt. Und, du würdest... Heilen, heilen. Ähm. Genau, und weiterlaufen. Nebenbei. Oh, ich kann mich erinnern. Du kannst hier erinnern. Oh Gott, ist das Heiler? Ja, kann man hier über die Mauer? Ja. Äh, wir werden trotzdem noch gesehen. Ja. Toll. Ah, die müssen nur rumlaufen. Du musst immer so verwinkelt laufen. Ja, ja, ich versuch's aber jetzt gerade. Falsche Richtung. Aber du hast dich schon weiter abgehängt. Jetzt gehen in den... Heu hoffen, heu hoffen. So. Und bleiben. Okay. Das war ganz schön aufregend. Das war ganz schön aufregend. Nee. Naja, aber das macht ja nichts. Achso, gerade, ja. Du bist ja nur ein Passant. So. Okay. So. Okay. Achso. Achso, wir wollen von hier kommen. Ja, genau. Da sind wir eben auch eingestiegen. Nee, ich dachte, ich dachte, dass wir von der Richtung hier rum... Achso, von hinten meinst du, aber da standen ja auch welche. Na, wir können ja mal an die Seite gehen und gucken. Ich glaube, jetzt kannst du auch wieder... Na, da sind nur diese... Die Extrems? Ja, diese Dicken da. Oh, die bringen gerade unschuldige Bürger um. Ja, das interessiert uns jetzt nicht. Dich interessiert das nicht? Wir wollen jetzt irgendwie irgendwelche Leute diskreditieren. Na, Robespierre. Das ist bestimmt unauffällig, oder? Ah, da kann man... Nee, da kann man nichts sehen. Die sind erst da hinten, die Zelte. Jena. So. Okay, hier ist nichts zu. So, jetzt wieder Igelwischen. Warte, ich geh noch ein bisschen näher ran. Achso, ich bin ja außerhalb. Nene, 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 nene. Wenn ich meine Hose runterziehen könnte, dann will ich dir jetzt mein Po zeigen. So, der guckt weg, der guckt weg, der läuft da lang. Im Moment sieht's gut aus. Immer zwischen den Zelten bleiben am besten. Die gucken weg. Da kannst du ja eigentlich durchs Fenster einsteigen, ne? Ja. Und da rein. Äh, nee, das war die falsche Taste. Äh, wie komm ich jetzt rein? Kannst du nicht da rein? Ach, oder geht es nicht? Vielleicht nicht erst mal aus der Deckung raus? Hä? X. Geh ich aus der Deckung raus? Mach ran! Kann der nicht durchs Fenster? Na, dann lauf rum! Nein, nicht schon wieder! Nein, dann wirf mal diesmal eine Rauchbombe. Und freu die dich wieder alle. Warte. Der ist schon angewählt, die Rauchbombe. Ne, das ist nicht die Rauchbombe. Chia, du bist gleich tot! Chia! Dann lauf weg! Dann lauf weg! Hä, aber ich versteh nicht, warum die Rauchbombe nicht geklappt hat. Hab die gedrückt? Naja, jetzt hat sie eben eine Britzebombe ausgequält, aber... Vielleicht war sie auch alle. Ach so, verdammt. Ah, was ist mit der Kamera los? Ja... Ist alles so aufregend? Nein, da gibt es nicht unbedingt nichts. Da ist ein Heuropfen, aber du hast gerade gesehen, das bringt nichts. Heil dich, heil dich! Du hast kein Heil mit dir. Oh Gott, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ja, das mit dem Haien hätte ich nie überlassen sollen und dafür in den Heuhaufen springen sollen. Jetzt sehen sie mich immer wieder, weil ich nicht mehr genug Abstand habe. Hier um einmal um den Häuserblock zu kommen. Hoch, hoch, da war so ein Ding zum hochfahren, da hättest du hochgehen können. Ah, ok. Ah, verdammt. Ja, oder Kletter aufs Dach. Ja, ist auch gut. Vielleicht haben sie nicht genug Zeit, dich anzuvisieren. Hoch, fahr immer weiter hoch. Ja, ok, jetzt sehen sie dich zumindest nicht mehr. Das ist schon mal gut. Jetzt laufen sie bestimmt rum. Aber... Ja, ich glaube, wir suchen demnächst mal einen Händler auf. Ja, das ist eine gute Idee, ja. Der uns dann heilt. Naja, aber ich verstehe mit der Rauchbombe nicht. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich rechts gedrückt habe. Ja, aber im Moment ist auch die Britzelbombe ausgewählt. Ok, du bist verschwunden. Dann suchen wir auf der Karte den nächsten Heiler, also Händler. Ähm... Also gleich. Gleich daneben. Ah, ok. Das ist ja nicht... Warum wird da noch ein blauer Dach? Na, eine Wache stimmt doch. Ich wollte die noch markieren. Oh, ok. Kannst du übers Dach laufen? Ja, ich werde jetzt einmal übers Dach laufen. Dann kann mich dieser eine Wache da nicht sehen. Naja, da geht's noch nicht runter. Hier kann ich runter gehen. Ja. Ja, nochmal die Aussicht hier. Na, so schön ist sie jetzt auch nicht. Ja, gut, ja. In der Ferne nimmt die Detailgenauigkeit ab. Naja, dafür ist ja die Stadt sehr detailliert. Das stimmt. So, da steht er. Links. Ach, rechts. Der da. Wie war das? Ähm... Natürlich viel Oll. Yes. Kirsch. Ok, jetzt erstmal heilen und dann nochmal kaufen. Mhm. Sonst fehlt uns ja wieder eins. So. Und ja, da kann ich ja auch Oll für Oll machen. Mhm. Sehr gut. So. So, okay. Nächster Versuch. Dann... Okay, aber hier können wir ja sowieso dann von... von der anderen Seite kommen. So oder so. Na, vielleicht kannst du ja immer von der anderen Seite probieren. Ja, hier komm ich besser durch. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich dauert die Aktion auch nicht lange. Ja, hier kann ich sein. Wenn man jedes Mal fortgejagt wird. Das ist auch blöd. Ja, es war ja jetzt auch nur... Okay, also du kannst nicht durch das Fenster vom Zelt springen. Also müssen wir durch die Tür da gehen. Ja, dieses dumme... dumme Fenster, ey. Ich... Na, ist ja auch logisch eigentlich. Ist ja nur Stoff, der da so runterhängt. Wie soll man da sich abstutzen? Nee, das andere. Noch weiter. Das ist das falsche. Ah ja, okay. Das ist das falsche Lager. Ja. Genau da hinten. Es sah so ähnlich aus. Ja, die sehen ja alle gleich aus. So. Hier, ne? Genau. Und jetzt nochmal... Ich geh mal wieder über die gleiche Stelle rein. Das war ja an sich nicht schlecht. Na, aber erst so gucken, wer da ist. Hier. Ich bin doch noch gar nicht im blauen Gebiet. Das ist doch erst auf der anderen Seite des Zaun. Naja, das sieht irgendwie schon so aus. Okay, du kannst... Ja, super. Da ist... Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt läuft er da lang. Jetzt läuft er da lang. Auch jetzt gezogen. Irgendwer sieht dich. Schnell rein. Ah, genau. Der OG sagt, wir sollen uns verwandeln. Wie machen wir das nochmal? Nach unten. Äh... So. Stimmt, wir hatten einen wichtigen Aspekt... Wir haben das ja sogar vorhin noch erzählt, dass wir das jetzt seit Neuestem können. So. 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 Das sieht man jetzt nicht. Aber hier vorne. Gleich. Gleich hier vorne. Da. Genau. Okay. Der. Aha. Auf deutsch eine Depeche. So. 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 – So. 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 Ja, das war schon mal... ...interesting, but not helpful. Da hinten liegen noch zwei. Der glückliche Tag. 1224 Okay, also... Werden quasi die Lieder angeprangert, dass sie ihre Aufgaben nicht richtig durchführen. Wo bist du gerade schon? Ich bin an der gleichen... Also bis zu dem Satz, wo du da... Eine Mountain, wie von King of Thrones. Genau, der macht da auch mit. Barriere ist der gefährlichste Feind des Landes. Er ist indicated by Santa Feu to the King as one of the Constitutionals to be relied upon. Personally, I am certain that he keeps a foot in both camps. Both camps. Also ein Fuß in jedem Lager hat. Also quasi auf einen... Auf mehrere Hochzeitentanz. Ja, auf der revolutionären Seite wahrscheinlich und auf der Royal. Ja genau, bis einer feststellt als Sieger. Mhm. Gehen wir gleich runter. Und er hat... Forceful measures paralyzed. Was auch immer dieser Satz bedeuten soll. Leaving us helpless. Nein, er hat alle Maßnahmen verhindert, die... Ach, Paralyse heißt verhindert. Okay. Paralysiert? Ja, stimmt. Und... I call upon him to contradict me in such a way as to finally show that he is not a Royalist in disguise. Aha, okay. Also er auch... Nicht... Helpful. Und seit der Zeit schrift. Die kann man überall kaufen. Ja. Wahrscheinlich ist das der letzte Hinweis. Nicht wieder so langer Text. Oh. Aber es hat vorgelesen, Gott sei Dank. I beg you now to be my brother's savior as well. Even now he languishes in prison. Arrested by Patriots more zealous in their heroism than careful in their methods. No warrant for Andres arrest was ever issued. And yet he remains imprisoned in San Lazare under suspicion. I pray you do not recall my brother's writings in the Journal de Paris. Coming as they did from an intemperate poet's heart. Rather I beg you. If my own humble skills have been even the smallest of aid to our glorious revolution. Spare my brother. In his writings I see the burgeoning of France's greatest poet. A light that will shine for all time. Yours in patriotism, Marie-Joseph Chenier. Marie-Joseph Chenier. Was ist jetzt ein Typ? Oder eine Frau? Ja, das klingt eigentlich so. Aber vorgelesen wird es ja von einem Typen. Naja. Ja, aber ich meine jetzt auch einfach vom Text. Also klingt es eigentlich eher nach einem Mann. Oder? Wer weiß. Ja. Okay, also da will jemand, dass sein Bruder nicht hingerichtet wird. Weil er sagt ja auch selber, ja meine Texte haben mir auch der Revolution geholfen. Und ne, quatsch, rather I beg you with my own humble skills. Achso, ne das muss nicht Text gewesen sein. Ich sagte nur, weil der Bruder ja offensichtlich Texte geschrieben hat für Journal de Paris. Aber war das die, ach ne, das war nicht die Frau, die das Essen hier gebunkert hat, ne? Die hieß anders. Oh, ich weiß nicht mehr. Obwohl, ich kann mir vorstellen, dass wir... Aber das war die nicht, glaube ich. Die hieß doch anders. Machen wir mal nachschauen? Ja stimmt, wir können ja nachschauen. Ich glaube, ich... Ne, Pause? Was hast du jetzt gemacht? Ne, auf was muss ich jetzt drücken? Ne, ich glaube jetzt musst du drücken. Also du wirst übrigens gerade gesehen, aber... Mach mal nach unten. Achso, ne. Ich wollte gucken in den... In der Database. Ja. Bei... Encyclopedia. People. So. General bestimmt. Ach ne, die hieß... Ne, das war sie schon. Marie Levesque hieß die, die ich meinte. Ne, ist schon zwei runter. Achso, da. Das war die, aber das ist ne andere. Also nicht die... Die Briefgeschriebung hat. Ach ne, diese... Nee, nicht? Nee. Hä? Okay. Kam bisher nicht vor. Mir war so gewesen... Hm. Okay, vielleicht habe ich sie jetzt auch verwechselt. Na gut, mach mal weiter. Okay. Zurück, zurück, zurück. Zurück. Okay. So, du wirst... Äh... Machen wir eine Skies? Ja. Also verkleide dich mal. Ähm... Achso, die Regie sagt, wenn wir gesehen werden... Jetzt wirst du nicht gesehen, jetzt mach schnell. Ähm... Na, was war nochmal? Genau. Jetzt kannst du ja dahinter laufen, da ist noch ein Hinweis. Äh... Wo? Da hinten. Äh... Du meinst das hier? Ja. Aber da war... Ne, da haben wir noch nicht. Ne, nicht auf dem Tischlitter. Jetzt bist du wieder... Naja. Aha, die waren sogar versteckt. Ah... Ah... Okay. Merlin... Talien... Vordon... Merlin? Aha, sollen die etwa auch auf die Guillotine? Ja? Ja. Ja. We should do nicely. Aber jetzt müssen sie ihm erstmal nachweisen, dass er die aufgeschrieben hat. So, jetzt verkleid dich nochmal nach unten. Aha, okay. Dann kannst du da einfach raus marschieren. Ähm... Warte, ich will erstmal gucken, wo... Wir werden ja grad nicht gesehen, wo wir hin müssen. Wird das schon angezeigt? Ja. Ja. Und einfach wieder rausgehen. Also, das ist jetzt nichts gefährliches. Aber ich will, dass wir uns nochmal verkleidern. Ach, geht grad nicht. Schade. Vielleicht müssen wir das nach... Achso, vielleicht müssen wir... Müssen wir noch warten? Oder wir müssen es nachkaufen. Ne. Ne? Okay, Zeit. Die Regie sagt Zeit. Jetzt geht's wieder. Das war eben wieder grau. Hä? Mach nochmal. Ah, okay. So, nicht zu nah an den Wachen dann marschieren. Und am besten auch nicht klettern, weil das ist auffällig. Warte, wir können ja mal schauen. Hier ist doch keine Wache. Hm, da drüber. Siehste, da wird dann nämlich wieder normal. Ja, klettern war ja noch nie förderlich. Komisch, dass es in diesem Spiel um klettern geht. Überraschung! 50? Ja. Das ist doch ein bisschen auffällig, oder? Wenn da 50 Leute auf einmal verschwinden. Es grinst sie immer so, als hätte sie einen schönen Tag. Na, das können wir. Ja, eigentlich müssen wir in dem Outfit nur an ihnen vorbeilaufen, um sie abzulenken. Aber... Okay, also wir sollen sie defenden. Aber wo müssen wir hin? Achso. Ah, okay. Ach ne, nicht hinlaufen. Die sollen nicht erkannt werden. Achso. Achso. Don't let Elise get detected. Ja, weil wir sollen sie... Achso, approach ihn. Guck mal, da kommt einer hinter dir. Siehst du den? Den sollst du, äh, umhauen. Hin, hinlaufen, hinlaufen. Der soll ja Elise nicht sehen. Achso. Okay. Ja, okay. Ich... Wenn mir gesagt wird, lauf hin. Ja. Hab ich gesagt, was falsch? Hat die Regie... Ne, die Regie hat gesagt, ich soll mich lieber verstecken. Aber, aber... Achso. Aber dann kann man doch Elise nicht verteidigen. Oder kommt noch rein. Achso, meint er das. Wir sind eh tot. Ach, ich bin eh tot. Ja, ich hab das jetzt auch zu sehr abgelenkt, dass irgendwie die Regie gleichzeitig mit uns redet und... Wollen wir das mal in der nächsten Folge probieren? Die Folge ist schon ziemlich lang. Sie ist gerade. Ja, das stimmt. Dann musst du das auch nicht machen, dann ist das mal ein Bier. Mal sehen, ob ich's noch kann. Ja. Okay, dann machen wir jetzt hier im Ladebild schon mal Schluss. Genau. Bis dann. Ciao.